Ja, und bei mir ist der Roman Melich. Der Präsident Hannes Kartnik trifft auch gerade ein, mit dem werden wir gleich plaudern. Zunächst einmal Roman Melich, warum waren Sie denn gar so sauer, gar so aggressiv gegen David Beckham? Hat er provoziert oder gefällt Ihnen die Musik der Spice Girls nicht? Na, das hat weder mit dem einen noch mit dem anderen was zu tun, aber ich denke mal, wir müssen aggressiv sein im Spiel. Vielleicht war es ein bisschen übertrieben, aber gerade der Beckham, glaube ich, hat so abreizend gespielt und unfair gespielt zeitweise. Wo er auf der Schiedsrichter weggesehen hat, dass er das vielleicht noch etwas angeheizt hat. Er hat sicherlich einmal ein schweres Foul ohne Ball, wie er nachgeschlagen hat, begangen, wurde vom Schiedsrichter auch nicht gesehen. Sowas macht er natürlich noch mehr aggressiv, als man von Haus aus sowieso schon ist. Also schauen wir uns dieses Foul zunächst einmal an. Das hat ja dem David Beckham dann auch ständig Pfiffe eingetragen, der Schiedsrichter hat nicht reagiert. Das ist allerdings der Zweikampf mit Roman Melich, der hat einmal ins Gesicht geschlagen. Und jetzt begann diese Rangelei. Und dann gibt es für beide die gelbe Karte. Wenn Sie das so sehen, sind Sie doch immer der Meinung, dass es richtig war, so aggressiv zu sein? Ich denke schon, wir müssen aggressiv sein gegen so einen starken Gegner. Ich glaube nicht, dass ich mir wegen dem jetzt dann irgendwas vorzuwerfen habe. Hat er provoziert, auch während des Spiels schon vorher, David Beckham? Hat er den Star hervorgekehrt? Nein, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es jetzt richtig ist, die ganze Zeit über David Beckham zu sprechen. Wir haben gegen Manchester gespielt und bitte nicht gegen David Beckham. Und von Beckham war heute nicht sehr viel zu sehen. Gut, schauen wir uns das Spiel ein bisschen an. Es hat ja begonnen, relativ gut für Sturm, 17 Minuten lang. Dann kam dieses Tor. Wie haben Sie das gesehen? Ist das ein Treffer, der dem Torhüter anzulasten ist aus Ihrer Sicht? Ja, zuerst einmal wieder, glaube ich, noch leicht abgeschäft, war von Kasimir sehr schwer zu sehen. Und zum Zweiten steht es mir sicher jetzt nicht zu, irgendein anderer Spieler eine Schuld anzulasten wegen einem Gegentreffer. Der Ivo hat es im Interview kurz und gut ausgedrückt, wir gewinnen zusammen und wir verlieren auch zusammen. Aber ich meine, hier dreht sich der Ball leicht zur Seite, der sieht ihm sehr spät, es war schwer zu halten. Dann in der 31. Minute dieser zweite Treffer, da haben wir auch in der Pause mit dem Präsidenten drüber gesprochen. Da hat er auch gemeint, naja, also ganz glücklich schaut da die Abwehr unter Torhüter nicht aus. Ja, wir haben gewusst, dass die Engländer, das ist ja bekannt, das ist ja keine große Weisheit, dass die Engländer gerade bei Standard-Situationen so sehr gefährlich sind. Und das Gleiche gilt schon wie beim ersten Tor. Aber ich will auf keinen Fall irgendeinem meiner Mitspieler eine Schuld bei dem Gegentreffer anlassen. Gut. Und dann kam der dritte Treffer, das war sozusagen der dritte Keilenschlag, nachdem die Mannschaft ja gut begonnen hatte. Ja, da hat man auch gesehen, wir haben den Ball im Mittelfeld verloren und dann eine Mannschaft wie Manchester nützt diese Fehler in der Mitte eiskalt aus und haben eben aus den wenigen Torschancen, die wir ihnen doch gegeben haben oder zugestanden haben, haben sie drei Tore gemacht und uns ist das leider nicht gelungen. Es ist klar, wenn solche Stürmer wie Manchester sie hat, wenn die eine Chance haben, dann ist das fast immer ein Tor. So, dann kam also die Pause, eine Standbauke möglicherweise von Ibiza Osim, weiß ich nicht, aber nach der Pause ist es ganz gut gegangen. Die Mannschaft hat sich eigentlich sehr ordentlich verkauft nach der Pause. War das so, dass Manchester United ein bisschen nachgelassen hat oder hat sich Stürmer so gesteigert? Ich meine nicht, dass der Halbzeit eine Standbauke nötig war, weil die Fehler, die wir gemacht haben, die haben wir gesehen und wir haben schon in der ersten Halbzeit gute Chancen gehabt und vielleicht sogar zeitweise mehr Spielanteile als Manchester. Uns ist es nicht gelungen, die Fehler zu vermeiden, das haben wir vor dem Spiel besprochen, das ist uns leider nicht gelungen, aber die Chancen waren da und unseren Offensivspielern klebt auch ein bisschen das Pech an den Schusstiefeln, glaube ich. Es ist heute wirklich, heute waren wir nahe dran, zumindest ein Tor einmal zu erzielen, aber es läuft in Wirklichkeit alles gegen uns im Moment.